So, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Jumich an diesem Mittwoch und ich hatte euch leider letzte Folge verarscht, dass ich das die letzte Folge war und ich hatte euch generell gesagt, dass ich nur zwei Videos machen werde, aber es ist noch ein drittes rausgekommen. Und ja, ich wollte mal gerne euch mal überraschen lassen und damit ihr nicht beim nächsten, also beim Video davor euch irgendwie so denkt, dann, oh ja super, es gibt kein DYM heute, mein Leben hat keinen Sinn mehr, äh, nein, das nicht, sondern ich hab mal jetzt als Überraschung mal noch das dritte Video hochgeladen direkt und ja, heute kommt die Mission von Lukas Daniels und sie heißt Cheaten verboten, okay, und du hast mir auch ein Mod geschickt, also so Waffenpaket und ich musste noch so Musikdatei, äh, reinfügen, die User-Tracks und wenn ich Auto fahren werde, muss ich das dann anhören, wahrscheinlich. Oh. Schön. Cheaten verboten, also Gebot soweit ist für immer, äh, also ich will immer für die Mission aus, äh, komm runter, war sie so, wir wollten doch viel. Okay, dann, Nein, du kommst mit mir mit, wir müssen shoppen gehen. Shotgun, sehr sexy aussehen. Steig in die Lootschleiter ein und zum, oh, fuck, ich hab vergessen zu lesen. Scheiß doch. Kommst du? Ja, okay, nein, das war nicht. Lootschleiter, check it down, baby, yeah, FBI-Ranger. So, wie mach ich denn jetzt das Radio da? Hä? Radio? Ich verarsche, ich versuche Radio umzuwächsen, aber es geht nicht. Hallo? Ups. Äh, ich glaube, hier bei dem, äh, Wagen geht das überhaupt gar nicht. Na dann. Yeah, wir fahren zu Emmett. Was der Knabe jetzt von uns möchte, das werden wir gleich herausfinden. Da steht der gute Mann, namens Emmett. Welches. Ist das jetzt die Spaß 12 oder? Ah, ne, ist das nur die Shotgun. Ah, ne, es ist... The Truth. Was machst du denn hier? Ein Kilo ist gleich 500 Dollar. Ach so, Drogen. Was? Ich wollte ja doch nur einen Cheeseburger. Okay, dann nicht. Ich gehe zu meinem Lieblingsplatz auf der Welt. Okay. Ein Radio wechseln kann ich gerade irgendwie nicht mit dem Wagen hier. Also, ich weiß nicht wieso. Mein Lieblingshafter auf der ganzen Welt ist am Schrottplatz. Äh, ja, okay, du hast mich erwischt. Oh. CJ, CJ, was machst du denn hier? CJ, verpiss dich, ich möchte... Okay, dann nicht. Ich gehe neben der Buschka-Töten. Ja. Aber ich habe irgendwas im Auge, ey. Die Mission ist... Irgendwie geht es jetzt nur um Drogen, Sex und Gewalt. Okay, Gewalt kommt jetzt. Drei schlechte Dinge, die man nicht für kleine Kinder... Also, die kleine Kinder nicht wissen dürfen. Kill der Babuschka. Oh Gott. Oh Gott. Oh, die hat ein Leben, ey. Kann man die einfach headshotten? Scheiße. Ah, die ist gleich nicht tot. Stirb. 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 So. Zurück zur Varsito Street. Auf zur Varsito Street. Blutig schleudert. Check it down, baby, yeah! Steig in den Ghost-Heli ein und flieg zur Nutte deines Vertrauens. Okay. Auf in den Ghost-Heli. Yeah. So, wir fliegen weg. Oh, Babuschka, was machst du denn hier? Also, bekommst ihr Angst? Das ist nur ein Helikopter, ihr Pussys. Auf zur Nutte meines Vertrauens. Oh, scheiße, ich will nicht auf dem Wasser landen. Oh, ich muss mal mit einem Helikopter üben. Das geht mit dem Wasser schief. Fuck. Die Bitch hat dich ertrogen. Tötet sie. Du meinst betrogen. So ein Random Object. Oh Gott, die hat einen Flammenwerfer. Weißt du was? Okay, die ist eh gleich tot. Steh auf und stell dich deinem Schicksal. Yeah. So wird's gemacht. Okay, Random Object, ich komme. In die Lunche. Okay. Ich musste nur in dieses Random Object gehen. Okay. Ich bekomme andauernd nur Ludenschleuder. Na dann, auf zur Ludenschleuder. Hey, weiß ich so, was geht. Zu deinem Haus. PS. Sorry, wegen der langen Fahrt. Wieso lässt du mich da nicht einfach mit dem Helikopter fliegen? Okay. Zu mir nach Hause. Ach ja. Es ist so schön. Einen ganzen verdammten Weg nach Hause zu fahren. Ich kann aber eine Abkürzung. Ich werde jetzt nicht durch die Stadt fahren, sondern ich habe einfach die Autobahn sinnvoll nutzen, dahin zu fahren. Und dann, ich nehme keine Drohung. Weil ich so eine Bewegung gemacht habe, heißt das nicht, dass ich Drohung nehme. Na, na, na. Wow, scheiße, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ihr habt nicht... Ihr habt mich abgelenkt. Nein. Oh, ich habe gedacht, das wäre ein Motorrad gewesen. Wieso dachte ich, dass das ein Motorrad wäre? Ich bin irgendwie ein bisschen gaga 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 im Kopf. Tja, Gott, danke. Oh, ich glaube, ich werde langsam krank. Meine Augen jucken. Ich muss niesen, was denn noch gleich? Orientierungsverlust. Liegt wahrscheinlich nur an der Sonne, die gerade voll auf meinen Monitor blendet hier. Aus der Bahn. Die Loon-Schleuder ist hier da. Check it out, baby. Aus der fucking Bahn, sagt ich. Ach, Tordesheim-Glück allein. Wir haben Durchsuchungsbefehl. Ganz genau. Und wie schon erwähnt, bei der letzten Mission könnt ihr entscheiden, wie ihr die Mission fandet. Also, bis dann. Abonnies. Bei derihn� вкус. Was, die große Erigerteile in der Hilfenster ist, klar.